Saufen! 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 Da passt er! Passt er zurück! Er schießt! Ja! Er hat getroffen! Die Menge jubelt! Da kommt der! Pass auf! Alter! Horrorfilm gucken! Als Fußball-Fan! Oh Gott, oh Gott! Hey! Oh nee, oh nee! Alter, bist du scheuert! Der hat gerade seinen Kopf verloren und du feierst es noch! Deutschland! Deutschland! FIFA zocken! Haha! FIFA zocken! Als Fußball-Fan! Nein! Entschuldigung! Geh wieder zurück! Los, jetzt geh sofort wieder zurück! Glückliches Ehepaar! Glückliches Ehepaar! Als Fußball-Fan! Ja! 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 Frauen beim Schminken! Kann ich noch kurz den Pool haben, bitte? Ja! Dankeschön! Frauen beim Schminken! Als Fußball-Fan! Jetzt Müller! Deutschland! 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 Kochen! Und? Wie weit bist du? Eine Stunde und sieben Minuten. Alles klar! Kochen! Als Fußball-Fan! Schlafen! Schlafen! Als Fußball-Fan! Ja! Ja! Du schaffst es! Dort! Deutschland! Zicken! In Christos-Hals! Christos-Hals! Christos ist doch nie da! Oh Gott! Schau mal! Stefan! Voll der Klammer! Was? Der trägt immer die selben Klammer! Hallo! Das ist vielleicht sein Style? Zicken! Als Fußball-Fan! Der Klammer! 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 So, mach ich jetzt fertig! Nimm deinen Zauberstab! Ich hau rein, Mann! Ja komm, mach jetzt einfach! Der Zauberstab! Lollzocken! Als Fußball-Fan! Scheiße, Lennart! Ich sterbe gar nicht! Hilf mir mal bitte! Deutschland! 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 Scheißen! Boah! Puh! Scheißen! Ja! Deutschland! 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 Ja! 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 Ja, das ist ja schneller! Ja! Jo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gibt euch einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare MacaLuluWM! Und wenn ihr noch mehr zum Thema sehen wollt, klickt es hier auf dem Channel Zenderteil. Dort gibt gibt es eine Playlist mit sämtlichen YouTubern über das Thema. Bei dieser Playlist sind verschiedene Themen über die WM, einmal Lifestyle, Comedy und Vlogs und vieles mehr. Und EFAS könntet dort ein Original im WM-Fußball gewinnen und das Schreiben von euren Videos-Youtubern. Wir danken an alle YouTuber, die jetzt bei diesem Video mitgewirkt haben. Die sind hier im Video verlinkt und unten in der Videobeschreibung findet ihr die ganzen Links. Und wenn ihr noch mehr 10 Situationen sehen wollt, hier habt ihr einfach mit Alkohol und einmal mit Helium. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Videos und wir sehen uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao. Steve? Ja? Ich hab ein Toilettenpapier im Bett. Warte. Gehst du was? Ja.